Hi, wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir auf unserer Stella um die Welt. Begleitet uns auf unseren Abenteuern und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Im letzten Video konnten wir schon einen kleinen Einblick von Madeira zeigen. Funchal war unser erster Stopp. Wenn du das Video verpasst hast, schau es dir unbedingt im Anschluss noch an. Heute nehmen wir dich mit in die saftig grüne Natur Madeiras. Wir hoffen, dass wir die Schönheit dieser Insel in dein Wohnzimmer bringen können. Nachdem wir Funchal angeschaut haben, sind wir dann weiter in den Osten der Insel aufgebrochen und sind am Ponta del Salverenzo vor Anker gegangen. Ein Megaspot, eine super Ankerbucht. Wir hatten 30 Knoten Wind und standen echt komplett flach. Der Wind kam von Norden aus und die Bucht ist komplett nach Norden durch hohe Felswände geschützt und darauf kann man dann laufen und hat einen mega Blick auf einen Leuchtturm. Ich zeige euch ein paar Bilder. Wir haben leider nichts gefilmt, aber die Bilder sind auch schon mega. Am nächsten Tag sind wir dann wieder weitergefahren und zwar auf die Insel Grande Dessert. Keine Ahnung, ob man das wirklich so ausspricht. Eine unbewohnte Insel, zumindest von Menschen unbewohnt. Es gibt ganz spezielle Bewohner da und zwar sind das Mönchsrobben. Davon gibt es in ganz Europa nur 300 Stück und da auf der Insel gibt es eine kleine Kolonie von 25 Stück. Wir haben leider keine gesehen, aber trotzdem war es ein echtes Highlight, denn das ganze Areal darum ist auch Meeresschutzgebiet und dadurch ist die Unterwasserwelt wirklich richtig cool gewesen. Wir haben so viele Fische gesehen und ich nehme euch mal kurz mit. So, jetzt geht's! Musik Musik Jetzt sind wir auch wieder unterwegs und zwar in den Westen der Insel. Und hier waren wir auch schon unterwegs, nämlich letzte Woche und haben hier direkt hinter mir etwas entdeckt, das müssen wir euch auch unbedingt zeigen und zwar einen Wasserfall, bei dem man direkt davor ankern kann. Und der stürzt knapp 200 Meter würde ich sagen und die Felsen runter. Ein echtes Naturhighlight hier auf jeden Fall. Musik Wir sind hier an diesem Megaspot mit diesem Wasserfall und wir haben uns jetzt von oben angeschaut. Sieht echt schon beeindruckend aus. Sophie und ich haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir den Weg durch den Fluss zum unten an dem Wasserfall hin versuchen. Wir müssen uns irgendwie durchboxieren, weil es ist gar nicht so einfach. Sieht ganz schön wild aus. Aber ja, wir versuchen mal unser Glück. Let's go! Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Könnte schon, ja. Wir versuchen es mal hier an der Wand entlang. Sieht gut aus. So langsam spürt man schon die Gischt vom Wasserfall und es wird auch lauter. Alter! Alter! Äh, spürst Hammer! Bis zum nächsten Mal. Madeira ist nicht unbedingt als Segelrevier bekannt. Viele nutzen die Insel nur als Zwischenstopp, um entweder weiter auf die Azoren zu kommen oder auf die Kanaren. Dementsprechend wenig Segler sind hier unterwegs. Gut, die Ankerbuchten sind nicht unbedingt ruhig, dafür aber auch nicht überfüllt. Wir sind wirklich froh, uns dafür entschieden zu haben, hierher zu kommen. Wenn man auf dem Boot ist und Delfine sehen will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. A, man verfolgt diese ganzen Ausflugsboote, wo mehr als drei sind, sind auf jeden Fall immer irgendwelche Tiere im Wasser. Oder man fährt an solchen Fischfarmen wie hier vorbei. Da hat man auch sehr, sehr oft die Möglichkeit, weil die Delfine gehen dahin, warten, bis ein paar Fische aus der Fischfarm ausbrechen. Und dann haben sie schon ihr Abendessen gefangen. Und ja, so ist es gerade. Geil. Geil. Wow. 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 Ich hoffe, sie lieh es. Jonas, Sophie, komm mal raus! Ja, komm her! Komm, komm! Ehrlich, da stand man schon schlimmer. Also solche Seitwärtswellen haben wir schon öfter ausgehalten. Für diesen Spot machen wir das gerne. Madeira wird auch als Hawaii von Europa bezeichnet. Ein grünes Naturparadies und ganzjährig mildes Klima. Wir sind nun im Westen der Insel angekommen und ankern vor Paul Dumas. Der kleine Ort ist Ausgangspunkt für eine Wanderung, die es in sich hat. Jo Leute, nach einem schönen Frühstück geht es jetzt schon los, oder gleich zumindest. Wir brauchen immer ein bisschen länger, bis wir alles fertig gepackt haben. Aber wir wollen heute da hoch wandern. Das sind ca. 500 Höhenmeter. Ist einer der schönsten Wanderwege auf ganz Madeira, der Camino Real de Paul Dumas. Paul Dumas ist hier dieses kleine Dörfchen, was man hier im Hintergrund sieht. Und von da geht auch der Weg direkt los an dem Wasserfall vorbei und dann eben ganz hoch. Relativ steil, also auf anderthalb Kilometer Länge hat er 500 Höhenmeter. Ich bin gespannt, ob wir damit alle zurecht kommen, vor allem Nathalie mit ihren Knien. Wenn beim Runtergehen wird das eher ein Problem. Aber schaffen wir es sicher. Jetzt packen wir die Sachen und dann geht's los. Manchen von euch ist es bereits aufgefallen, wir haben wieder eine Drohne. Nachdem uns unsere alte Drohne auf La Palma abgehauen ist, die GoPro auf einer Überfahrt im Meer verloren ging und unsere Kameraobjektive von innen heraus geschimmelt sind, waren wir wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Unterstützern bedanken. Nur so war es uns möglich, in eine neue Drohne zu investieren. Danke an alle Patron, die das hier möglich machen. Nun können wir unsere Reise auch wieder mit den spektakulären Aufnahmen aus der Luft begleiten. Den Link zu unserem Patreon-Programm findest du unter diesem Video. Werde Teil unserer Crew und gewinne zum Beispiel eine Segelreise bei uns an Bord. Beide, und komm, nach Feisachten! Komm raus! Und nochmal, jawoll! Ab! Komm! Ab! Der ist so wild! Klingt! Die SONG-Niveau-Niveau-Niveau-Kindik. So Musik in England, der St.Ochland-Theia-Niveau-Kindik. Klingt! Die Name des Umbau-Kindikenswaffen. Wir kommen zur Seite zur Seite. Hier haben wir eine gute Stimme-Kindikenswarte, weil wir so eine Bord. Sie gehen, die Entfernung auf dem Meter zum Beispiel, oder die Entfernung auf den Weg geben. Ich bin da. Ich bin da. Ein und aus, da! Rock-Niveau-Kindikenswarte mit der Nähe. Musik 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 Hast du einen Zaubertrank getrunken oder Spinat gegessen? Nee, ich trainiere nur Papa Okay, das Training zahlt sich aus anscheinend Oben werde ich nochmal 32 Autos über die Brücken fallen lassen Okay Und 27 Liegestütze machen Boah, du spinnst Drei Sit-Ups Und zwei Kampftechniken Okay Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.